servus zusammen wir starten jetzt mal den dritten versuch von dem speedrun wir haben ja gestern gestreamt 1 46 haben wir hingebracht und dann lasst uns mal los starten dritter versuch mal schauen ob wir da ein bisschen besser abschneiden oder noch mal besser abschneiden können ansonsten hoffe ich ihr hattet einen guten wochenstart not only is he unarmed he is completely lost his will to live nothing but a cow und 12 hat nicht geklappt ok und los geht's zu genijiro die musik habe ich übrigens ausgemacht damit es nicht zu demonetarisierung kommt weil irgendein glied ist copyright geschützt glaubt das letzte wurde mir beim letzten mal angezeigt urheberrecht so schnell 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 wo läuft er denn nicht sehr schön und weiter geht's gar nicht lange schnacken wo und oh ach das führt hier nirgends hin das wusste ich nicht wieder ein bedauerlicher zeitverlust aber nun gut ah der uga jetzt hat er mich erwischt der erste streich oh nein er hat mich mal wieder erwischt komm schon wir dürfen die zeit jetzt nicht verlieren sehr schön immer so ein eindruck dass hier obenrum schneller geht und dann natürlich auch falsch sein schnell mal schnell einen rein switchern so 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 okay das lief schön sauber und halt jetzt nur aufpassen dass wir beim nächsten bonfire nochmal kurz inne halten einmal rasten und schon so 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 und schon so sehr schön so so einmal rasten so 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 jetzt zu Ishin damit der Kollege dann auch später in seinem Turm hockt sehr schön auch erledigt ist halt immer die Frage ist es schneller den Heimatknochen zu benutzen oder einfach weiter zu laufen weiße, er hat mich ja wischend weiße, er hat mich ja wischend hat mich ja wischend ich sehe nix komm schon weg da jetzt weiter sehr gut er ist hinüber liebe leute den habe ich den kopf kürzer gemacht so einmal nachladen sehr schön schluck 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 hoffentlich kriegen wir den jetzt gleich beim ersten mal gelegt mal eins und jetzt und Und weiter zu Ginichiro. Oops. Oh, the power of the dragon's blood. Then I will kill you as many times as it takes. Enough. Send me the divine air. I will kill you. I will kill you. Oops. So, da haben wir ihn. I will kill you. I will kill you. I will kill you. Den aktivieren wir auch noch. Den brauchen wir öfter. Einmal resten. Wer ist denn der nächste? Der Roberto. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Alles klar. Was er darüber gelaufen ist, haben wir das auch erledigt. Alles klar. Alles klar. Lord, er hat es um. Oh, I... Find his right. Ja. Gut, die Schienen haben wir auch abgefrühstückt, äh, jetzt müssen wir nur, muss ich nur nochmal schnell schauen, aber ich glaube in die Richtung geht's weiter, ähm, Richtung Sempu Campel, glaube ich, müssen wir. Ich glaube, da sind wir dann hier richtig. Genau. Richtig. Ach, der kommt eh nicht. Wie viel Zeit haben wir denn? 28, okay. Ich hoffe, das kriegen wir so hin. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bell. Den Heavenly. So, der Roberto Zipfi ist kurz, steht kurz bevor. Schauen, ob wir den hinbekommen. Einmal resten. Was war das denn jetzt? Hallo, Kollege Schnürschuh. Ist klar. Hat er mich einfach aus der Arena geboxt, der Trottel. Gibt's doch nicht. Och nö, wirklich. Wahnsinn. Na gut, da werde ich jetzt Zeit verlieren, nehme ich an. Vor allem, wenn mich die kleinen Pisser da immer runterschießen. Okay, nächster Versuch. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los jetzt, Kruzifix? Ist der hier? Wahnsinn. Wahnsinn. Äh! Äh! War klar. Das gibt's nicht. Was ist denn jetzt los? 28, 55, ja das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ach man, das ist nervig. Ja genau, ja genau. Ja genau. Ja genau, ja genau. Klasse. Ich hab wieder nichts gebracht. Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen verpackt, aber nun gut. Wir haben ihn jetzt. Komm schon. Komm schon. Okay. Jetzt kommen noch die depperten Affall, oder? Geht es eigentlich, dass ich jetzt schon... Ah, warte. Ich habe es ja auf. Quick. Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 Wo ist jetzt der 4te? Genau. Okay. 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 Genau. Lauf in den Turm, bitte. Dann siehst du mich nämlich nicht. Genau. Sehr schön. So wollen wir es haben, oder? Wer kommt jetzt? Der Bodengradler. Aber erst mal brauchen wir die Mortal Blade. Die greifen wir uns mal fix ab. Dann schnell ausrüsten. Dann schnell ausrüsten. Jetzt kommt es... Äh... Die Schlucht, oder? Wenn die Tür schon offen ist. Dann können wir schnell den Schlüssel abgreifen. Dann können wir schnell den Schlüssel abgreifen. Genau. Und jetzt runter. weiter. Der Bodengradler. Vielleicht kommen wir da ja zügiger hin. und dann so einen Weg bin. Dann auch immer, wenn ihr es im hohen. ein millimeter zu weit und es ist irgendwie auch angenehmer ohne die musik zu spielen das nicht der zusätzliche stress in den ohren sie muss man schluck trinken wir müssen leider einmal resetten so Achtung! WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Okay, drückt die Daumen, dass das klappt. Danke. Hat geklappt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so hoch mit dir fast und jetzt kommen her und 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR sehr gut lang selbst auch erledigt meine fresse ah und der jetzt wo kommen wir denn hier wieder raus hier ist auf seiten das gibt es nicht was eine scheiße diesen headless trottel auch noch getriggert ich dachte schon ich bin wieder daneben gesprungen hier war das oder sehr schön das hat gleich geklappt ich bin wieder War das nicht der Weg? Einmal Refresh bitte. Danke und weiter geht's. Glück gehabt. Zwei. Wie schreitst du sie? Oh, Mann. Geh! Ich sehe nichts. Wir holen uns jetzt noch schnell den Stor. Den braucht man nämlich und dann geht es weiter zum Aff. Mmmh, Travel. Wer war es, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Das war's. Ah, scheiße. Ich bin wirklich ein Meter zu nah dran. Aufpassen. Jetzt muss ich keine dämlichen Fehler machen. Nein! Boah, ich beiß den Kopf ab. Snick snack. Ui! Okay. 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 UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wir stellen uns aber auch wieder an ein Das war's. Werkt das? Ja, endlich! Äh, wo ist das Blümchen? Ja. Äh, wo ist das Blümchen? Schmerzlich. So, schaffen wir es da rüber. Ach, können wir jetzt nicht benutzen? Okay. Oh, ein bisschen anfixen, den Dude. Oh, ein bisschen anfixen. Oh, ein bisschen anfixen. Alter, mit zwei Schlägen macht er mich fertig, gell? Oh, ein bisschen anfixen. Was machst du denn da, Sekiro? Oh, reiß dich mal ein bisschen am Riemen jetzt. Sein ewiges Weggehüpfe geht einem auch so auf den Keks, oder? Oh, ein bisschen anfixen. So. Oh, ein bisschen anfixen. Oh nein, Capture Card ist abgekackt. Mal wieder. Ich mach mal Pause. So. Müsste gleich wieder da sein. Okay. Müsste wieder passen, oder? Glaub ich. Glaub ich. Und weiter geht's. Wait. It warnt mein Herz, Wolf. ...to see how you grow. Das gibt's nicht. Ich flipp aus, echt. Nein! Ach, Mann! Ich flipp aus. Ich dachte, ich wär schon bei Heiltränke gewesen, aber war ich nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Verlieren wir wieder eine wertvolle Zeit. Auch wenn wir noch ein bisschen zeitliches Guthaben haben aus Leistungen von zuvor, ist es halt trotzdem ärgerlich. Okay. Weil es ist hier bestimmt eine Minute, die wir verlieren, würde ich jetzt mal annehmen. Ärgerlich, sage ich euch, ärgerlich Moment Können wir nicht benutzen, okay, alles klar Können wir nicht benutzen, okay Können wir nicht benutzen, okay, ja, ich fühle mich aus dem Motivation Können wir nicht benutzen, okay, alles klar Gehen! Warum macht er denn seine Bodenstammsequenz nicht? Die Masse ist weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich noch mal machen müssen so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was war denn das jetzt bitte? Was war denn das? Was war denn das? Oh, jetzt dreht er wieder völlig am Rad. Was war denn das? Okay, sieht gut aus. Schaut gut aus, Leute. Ach, mal schauen, ob wir es schaffen. Na los. Ich finde ich auch den Weg gleich. Wir haben mal die Hauptschwierigkeit hier in dem Ding. Warte mal, warte mal, irgendwo müssen wir mal runter, wo sie gerade am Kämpfen sind, oder? Ach, jedes Mal das Gleiche, dass ich mir den Scheiß nicht merken kann. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube ich, glaube ich ja. Ich glaube hier. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube ich, ich glaube, ich glaube ich bin zu vermeiden. sein, sonst wird es nix mit der Zeit. I will restore Ashina to glory. I will not allow Ashina to be crushed. I will not allow Ashina to be crushed. Das war die erste Station. I will not allow Ashina to be crushed. 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 Maschinen. Oh, shit, shit, shit. Jetzt aufpassen hier. Keinen Mist machen. Nein! Busser? Und da haben wir ihn, Leute. Da haben wir den Haberer. Komm, finaler Stoß. So schaut's aus, Leute. Haben wir noch mal acht Minuten rausgeholt. Haha, nice. Richtig nice. Und das war NG plus 14, glaube ich. Richtig, richtig sweet. Ich bin auf deiner Seite. 1,38, 38. Wir bewegen uns auf die 90 Minuten hin. Naja, aber es wird ja jetzt auch immer schwerer. Aber, wir haben es geschafft. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like und Abo, wenn ihr mögt. Und tschüss mit öss. Und das war's. Vâne. Und das war's. Ja, dann war's.